Hallo, heute geht es um zwei verfeindete Brüder, die sich am liebsten auf die Fresse schlagen. Und zwar um... Warrior. Du hast eine James-Bond-Frisur. Ich weiß. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Schwarze Filmdose. Heute, wie gesagt, mit dem wunderschönen Film Warrior. Ich glaube, ich habe schon zu viel St. Griea getrunken. Wollten wir nicht Fäuste machen? Du musst um dein Recht kämpfen? In diesem Pornhub aus den 80er? Fäuste! Nein, dieser komische da hier von 1992. Hier, Tommy Riley und... Wer ist Tommy Riley? Tommy Riley, der Typ von Down. Kennst du nicht Fahrstuhlfällen? Down-Syndrom kenn ich. Ja, Warriors von 2011. Und wie gesagt, es geht um zwei Brüder. Es ist ein Sportler-Drama, im Grunde. Geht 139 Minuten lang. Und man merkt diese Minuten nicht wirklich, weil dieser Film wirklich richtig geil ist. Kennst du? Ich fand, am Schluss zog sich ein wenig. Am Schluss? Ja, es wird doch nur noch gekämpft. Bis ich halt dranstehen und... Ich brauch dich nicht. Und da komm, du bist doch mein Bruder. Ich brauch dich nicht. Das war bei Brokeback Mountain, Alter. Ja, genau. Ja, davon mal abgesehen. Nein, es geht um die Brüder Brandon und Tommy Conlon. Und im Grunde noch deren Vater, Paddy Conlon. Gespielt von Nick Nolty. Nick Nolty hat für diese grandiose Rolle, das ist ja im Grunde fast ein Comeback. Er war ja sehr lange dem Alkohol erlegen. Achso, apropos... Ach, in Wirklichkeit auch? Der sah aber schon immer so abgefuckt aus. Selbst in nur noch 48 Stunden oder weniger. Nee, ich sah schon abgefuckt. Ja, also im Grunde hat er sich selber gespielt. Einen frauenschlagenden, immer besoffenen, ekligen, aufgedunsenen alten Typen. Da will ich übrigens auch mal hin. Er trainiert fleißig. Ja, also auf jeden Fall hat er dafür tatsächlich eine Oscar-Nominierung 2011 bekommen, als bester Nebendarsteller. Er hat sie leider nicht gekriegt, weil gekriegt hat... Tommy Riley, für den Film Freust du, du musst für dein Recht kämpfen. Richtig. Richtig, du hast gut aufgepasst. Sehr schön. Wer hat es denn bekommen? Keine Ahnung. Das ist mir auch scheißegal. Schreibt uns doch einfach, wer den Oscar für die besten Nebendarsteller hat. Männlich, bitte. Gut, okay, jetzt muss ich dazu ja sagen, dieser Film ist ja wirklich... Ich habe ihn ja letztens gesehen, nachdem du ihn empfohlen hast. Und der war ja wirklich... Irgendwo hatte er ja was. Nur es ist leider... Es ist eine Mischung aus Rocky und dem Glücksbärchi-Film. Wenn ich erst mal sagen, worum es geht. Ja, genau. Es sind im Grunde zwei Brüder, die dann irgendwie als Kinder getrennt werden, weil die Eltern so und Zuff und Tralala... Ja, weil der Vater eben Säufer ist und so. Genau, der andere ging hier zur Army und Tralala, haben als Kinder schon immer viel gekämpft. Und zwar dieses, wie heißt es noch, K1-mäßig so nachdem... Mixed Martial Arts, MMA, also so Ultimate-Fighting-Ebenen. Ja, das hat mich eben nicht immer gestört. Genau, es kommt dem Ultimate-Fight immer sehr ähnlich, wer von euch noch Ultimate-Fight kennt. Nur, das war natürlich eine Sportart, wo es keine Regeln gab und gar nichts. Und da ist das immer so, das ist so Mädchenkacke. Ja, da wird auch noch getappt, oder wie heißt das nochmal? Also wenn man jemanden hier so wie beim Catchen auf den Rücken und dann muss der abklatschen und sowas. Das nennt man Submission, oder? Hey, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es das bei Mixed Martial Arts scheinbar auch. Und was eben bei Rocky das Boxen ist und bei Karate Kid das Kung-Fu inzwischen, scheiße, ist eben bei Warrior Mixed Martial Arts. Ja, worum geht es denn jetzt eigentlich? Also, du hast ja schon angefangen, die werden genau als Kinder getrennt und so. Und am Schluss kommt dann eben so ein Final Match, wie viel Krieg gibt es dazu verdient? 4 Millionen Dollar. Ja, man muss ja erstmal sagen, das wird ja gleich eingebaut. Also die werden erstmal, die nominieren sich, um zu kämpfen für diese sonst wie viel Millionen Dollar. Ja. Dann kommt der Vater. Das wissen wir aber voneinander nicht. Fängt an, den einen Bruder zu trainieren, dann, weil der Vater war lange Alkoholiker, hier hat hier seinen Chip 100 Tage und 200, 1000 Tage hat der Vater noch nicht gehabt. 1000 Schafft. Aber die wollen ihm beide nicht so richtig verzeihen, dann gibt es immer Streitereien. Und das muss ich sagen, das ist nämlich eine Schauspielerei, die in Amerika nicht gewürdigt wird. Das ist eine unheimlich gute Schauspielerei. Von Schauspielern, die man gar nicht so kennt. Aber die machen das richtig geil. Das stimmt schon, das ist auch geil. Die Schauspieler, kann man ja mal sagen, Brandon Conlon wird gespielt von Joel Edgerton. Wird der so geschraubt? Joel Edgerton? Ist ja auch egal. Das ist der Hugo von Smoking Aces, der seine Osteuropeische Sperma auf der Lederjacke hinterlassen hat. Ich weiß nicht, Zimtschnecken? Zimtschnecken, nein. Das ist Osteuropeische Sperma. Ja, das ist Hugo, spielt aber sehr, sehr geil im Film. Und als letztes habe ich ihn jetzt gesehen in der Neuauflage oder in dem Prequel von The Thing. Den habe ich immer noch nicht gesehen, obwohl der ja gut sein soll. Kannst dir sparen, guck dir einfach John Carpenter's The Thing an, das reicht. Den habe ich letztens gesehen, der war auch nicht schlecht. Wenn das Blut so hochhöfter ist. Ja, 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 ja. Also weiter zu Fäuste mit Tommy Riley. Pass auf, dann wäre es eigentlich Tommy Riley, Alter. Ich kenne keinen Tommy Riley. Keiner kennt Tommy Riley. Tommy Riley ist dein Vater, Alter. Der hat diesen bescheuerten Pottharschnitt. Und das ist diese Szene in Down, wo er so... Du sprichst schon hier von Hugo von Tommy? Und dann ist es in seine Hand und dann sieht man das in seine eigene Hand. Das finde ich immer noch eine grandiose Szene in Down. Ist das auch bei Fäuste? Nein, bei Down. Achso, okay, bei Down. Und bei Down, äh, Quatsch, nee, bei Fäuste macht nämlich auch der Typ mit den weißen Haaren, der bei Cocoon mitgespielt hat. So, und jetzt kommst du. Weißer Haar. Cocoon, der Außerirdische. Ja, da haben 1000 Rentner mitgespielt. Die hatten ein weißer Haar. Der Außerirdische. Da waren Außerirdische. Das ist schon so. Und Cuba, Downing, nein, Cuba Gooding Jr. Downing. Mit Downsyndrom Jr. Junior, genau. Genau. So, okay. Ähm, also wir waren ja mit der Story 19 so ganz durch. Also, äh, Brandon und Tommy, die beiden Brüder. Äh, und das ist eben das Interessante. Tommy ist ja so ein Soldatentyp und so. Der ist eher so ein bisschen schlicht gestrickt, ne? Und ich sage euch, wenn ihr den Film mal gucken solltet, die Nackenmuskeln sind nicht echt, glaube ich nicht. Das sind Implantate. Der hasse, ich habe gerade gelesen, ich habe gerade gelesen bei Wikipedia, dass der sich für diese Rolle 14 Kilo Muskelmasse antrainiert hat. Die müssen ja irgendwo bleiben, die können ja nicht nur in den Schwanz gehen. Ja, der sieht wirklich gewaltig aus in dem Film. Das muss man so eins sagen. Ja, der ist ziemlich krass. Äh, wie gesagt, er ist ein bisschen schlicht gestrickt. Das merkt man auch an seinem Kampfstil. Denn, ähm, jetzt kommen wir so an eine Stelle, da würde ich sagen, wenn ihr ihn wirklich nochmal sehen wollt und die Spannung haben wollt, dann überspringt jetzt mal so, ähm, bis, bis ihr, oder macht den Ton aus, bis ich, bis ich so mache. Dann ist der Spoiler vorbei, ja? Äh, alle anderen können jetzt weitergucken, ne? Also, es ist so, äh, er hat so, so ein bisschen, so diesen One-Punch-Mikey-Kampfstil, ja? One-Punch-Micky. Äh, Mickey, Entschuldigung. Äh, da kommen immer Gegner in den Ring dann, bei den Kämpfen und er schlägt die mit einem Schlag um und prügelt die dann zu Muus. Und das ist, das ist einfach genial. Das sind solche Kämpfe, wo ich mich wirklich so, ja! Es, es fängt so an, zum Beispiel, dass Tommy ja trainiert wird von seinem Alkohi-Vater, was du ja erzählt hast, in so einem, äh, wie heißt das beim Mixed Martial Arts, auch Dojo oder sowas? Naja, so in so einem Gym, äh, Trainingsclub. Und, äh, da ist, da wird gerade der neue, äh, aufstrebende Star am MMA im Himmel so aufgebaut. Und, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, ist ja auch scheißegal, der heißt auch wie so ein Irro-Käse und Irre-Typ, so ein Irrer-Freak, so wie Mad-Dog von, äh... Ja, so ungefähr, ja! Wie, wie heißt der Film noch, ähm... On-Bag hier! On-Bag 2? Ne, On-Bag. On-Bag ist der erste Teil. Bag-Bedirn-Bruck. Ähm, Bagdad. Äh, ja, wird eben auch so. Also, auf jeden Fall, ähm, ist das auch so ein ähnlicher Typ, der ist voll abgefriegt. Und, ja, komm, hier, bring dir den nächsten! Und Tommy ist da gerade so ein bisschen so, äh, und, äh, geht als Sparingspartner rein und schlägt ihn echt zu Brei. Und, ähm, ja, und dann, ähm, will er sich natürlich rächen im Turnier, dann, ähnliche Monate später, macht dieser Typ, dieser Mad-Dog-Typ, ja auch wieder mit, ne, im Turnier. Äh, Tommy aber auch. Und, ähm, dann kommt so eine große Szene, wie Tommy einläuft, so, ne, und wie er einläuft. Und dann wird ja von den Moderatoren auch immer gesagt, ja, das war ja nur ein Zufallstreffer und jetzt macht er ihn fettig. Und jetzt sagt, komm her, komm her, ich rech mich jetzt! Das war der Kampf des Jahrhunderts! Und Tommy steht da so unbewegt und, und Bad-Dog, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, weil er nicht weiß, wie er heißt, er rennt immer so um mich rum. Und dann, und dann wird so Ding-Ding! So an, und dann schlägt er ihn auf einmal so. Und dann liegt er da. Und das, ich hab so gefeiert, weil das einfach so ein geiler Kampf war. Fand ich aber nicht, also es gab zwei Szenen, und das ist auch wirklich so die, die, die Schlusssequenz. Man kann sich das davor auch sehr gut angucken, wenn man so ein bisschen emotionsgeladener ist, kommt das unheimlich gut. Aber es gab zwei Szenen, äh, die von diesem Kampf, wenn man K1 kennt, oder halt, wie das da genannt wird, Marshal-Arts, bla bla bla. Nichts Marshal-Arts. Genau, die unheimlich geil sind. Und zwar kommt dieser unbesiegte Russe, wo man sich überhaupt fragt, warum treten die anderen überhaupt an? Hier, wenn er in den Ringraum ist eh alles vorbei. Und dann sieht man den anderen, keine Ahnung, Coco Chanel oder so. Coco Chanel ist er, genau. Und man sieht ihn dann eben verlieren, so viel kann man natürlich auch sagen, weil das ist auch jetzt auch nichts groß, aber das ist ein schöner Kampf, ein geiler Kampf. Unrealistisch, typisch amerikanisch aufgeputscht, aber da kann man wirklich feiern. Und natürlich dieses, man kennt das vom K1, wenn jemand in den Submission genommen wird, Druck, dann klopft man ab, dann ist es vorbei. Nee, 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 noch nicht, noch nicht. Das ist das Ende. Ich wollte doch noch was über Brandon, seinen Wimmer erzählen. Achso, gut, okay. Aber das, was dann passiert, wenn ihr mir nachher guckt, dann versteht ihr, was du meinst. So, Brandon ist genau das Gegenteil. Er ist sehr intelligent, er ist Lehrer, er kriegt auch Ärger von seiner Schule und wird erstmal suspendiert, weil er eben diese Mixed Martial Arts Scheiße da macht. Sich auch immer prügelt. Die Schulführung das nicht so toll findet eigentlich, aber er kann nun mal eben gut kämpfen, das liegt ihm irgendwie im Blut. Und er hat genau den gegenteiligen Kampfstil von seinem Bruder. Er ist so der Einstecker, der lässt sich die ganze Zeit verprügeln und wenn er die günstige Gelegenheit sieht, dann setzt er so einen ganz komplizierten Hebel an und gewinnt dadurch auch gegen übermächtige Gegner. Und deswegen kommen die eben so, steigen immer im... Das sieht crazy aus, Alter. Habt man das gesehen auf der Kamera? Macht das nochmal. Das ist viel spannender als der Film. Also, von dieser kleinen Ablenkung mal eben abgesehen, sie steigen natürlich im Turnier immer weiter auf, beide Brüder, und müssen dann natürlich, und hier kommt der mega, mega Spoiler, das weiß man aber eigentlich schon am Anfang des Films, ehrlich gesagt, gegeneinander antreten. Ja, und dann kommt eben das, was Torben gerade sagte, die beiden mit ihren unterschiedlichen Kampfstilen kämpfen gegeneinander, Tommy schlägt rein, wie bescheuert. Brutaler Schläger wie Sau, der andere Einstecker, Submission-Move und so weiter. Und dann hat er Tommy dann tatsächlich am Ende irgendwann, irgendwann im Submission... Jetzt verrat doch nie alles! Wichtig an der Story ist ja noch, warum sie es tun. Der eine Bruder, der Lehrer, will seine Familie, der hat ja Kind, Frau, will sein Haus retten. So, okay, so. Dafür braucht er ja die Millionen. So, okay, Spoiler jetzt zu Ende. So. Ach ja, richtig, jetzt kommen wir weiter an. Und der andere Bruder möchte, der war ja bei der Army, sein Kollege ist damals gestorben, äh, entschuldige, Kamerad, man hat Hauer gekriegt beim Bund, wenn man Kollege gesagt hat. Ja, ja, okay. Genau, und dann will er das Geld eben gewinnen, um die Frau zu unterstützen. Also beide haben ihre Gründe und sind voll überzeugt von ihren Gründen und das ist... Und das ist eben auch das Geile an diesem Film. Es gibt nicht wirklich einen Bösewicht. Tommy ist zwar, wie gesagt, schon ein bisschen schlichter und ein bisschen wortkarger und ein bisschen draufhauer. Und er spielt das wirklich grandios hier. Das ist ja wie hier Tom Hardy. Tom, cool. Tom Hardy spielt das wirklich. Ist das der Bruder von Laurel Hardy? Ja, genau. Nur ein bisschen älter. Auf jeden Fall, Tom Hardy spielt das wirklich grandios. Und man kauft ihm das auch ab, diese Rolle, digital. Und es gibt so eine Szene, wo er mit seinem Alki-Vatter, also mit Nick Nolte, die hatten ja früher wirklich immer Stress mit dem. Und das haben sie ihm nie wirklich verziehen, hatten wir auch schon gesagt. Und wo er mit ihm redet und ihn so fällig macht und Nick Nolte sagt dazu gar nichts mehr. Und man sieht einfach nur die Augen anschwillen vor Tränen und das ist einfach so eine Leistung. Aber ich glaube, das ist echt, weil Nick Nolte sich selber spielt und an seine eigene Familie gedacht hat, da war ja noch sowas. Mag sein, aber das ist ja auch der Grund, genau das, was ich sage. Das ist eine amerikanische Schauspielerei, die nicht gewürdigt wird. Das sieht man ja leider daran, der Film ist jetzt nicht so besonders erfolgreich gewesen. Das ist gute, natürliche Schauspielerei, die an die Substanz geht. Und das mögen die Amis nicht. Amis mögen, wenn irre Schauspielerei besonders gut zur Geltung kommt. Das natürlich. Und das ist eben natürliche, gute Schauspielerei. Also ich fand das als jemand, der ja im Schauspielkurs war und er auch einen Bruder hat. Ja, genau. Also ich finde, das war schön gemacht. Auf jeden Fall doch. Ja. Worauf wollte ich jetzt nochmal hinaus mit Tom Hardy? Dass du schmult bist. Ja, richtig. Was ich nur noch eben sagen wollte, es gibt nicht wirklich einen Bösewicht. Also Tommy ist ja, wie gesagt, voll der Auge drauf und so und ist auch richtig fies. Aber er hat seine Beweggründe, man kann die auch verstehen, man fiebert ja auch mit ihm mit. Aber die von Brandon, die kann man auch verstehen und man fiebert auch mit ihm mit, weil man die beiden Geschichten auch parallel erklärt bekommt. Und dass beides ja keine unsympathischen Typen sind und ja auch noch Brüder. Und dann im Endkampf hat man dann zwei, wo man eigentlich sich gar nicht so wirklich entscheiden kann, wer soll denn jetzt gewinnen? Da wünscht man sich ein amerikanisches Kitsch-Ende. Sie gewinnen beide und teilen sich die Gute. Ja, genau. Und dann schlagen die den Box vom Motor kaputt oder sowas. In den 80ern hätten die das geworfen. Und dann wären die so hochgeworfen worden und dann wäre das so Bild so freeze frame. Und dann... You're the best! Around! Und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja. Gott, ich hasse Tommy LaRusso, ey. Bei Dings LaRusso. Daniel LaRusso. Daniel Sun. Ich bin immer noch so am Weg. Ja, ich weiß. So, lass uns zum Fazit kommen. Wir haben ja genug erklärt. Genau. Fazit euch. Achso, nee. Mein Fazit ist, absolut super geiler Kampfsportlerfilm. Kann man sich auf jeden Fall reintun, wenn man dieses Genre mag und auch nette Kämpfe mag. Und gute Schauspielerei und auch mal eine Szene erträgt, die nicht voll ist mit Michael Bay-Explosion. Das hat auch gefehlt. Gibt es ja heutzutage leider nicht mehr. So oft. Okay, von mir kriegt der Film 9 von 10 Punkten. Alter, du bist ja auch voll dick dabei. Ja, ich fand den wirklich grandios. Also, ich muss dazu ganz ehrlich sagen, als jemand, der ein wenig Kampfsport erprobt ist, muss ich ganz ehrlich sagen, was ich auch eben schon mal erwähnte, ich finde Kampfsport, da ist nicht immer einer ist der Beste und dann steckt man ein, das ist hin und her. Es hat viel mit Zufall, mit Tagesform sogar zu tun, dies und das. Und das ist einfach in Filmen natürlich amerikanisch immer etwas überzogen. Und das ist in dem Film auch wieder so. Wer schon mal Rocky gesehen hat, ist genauso. Man kriegt rein, 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 drei Runden, auf einmal baut man sich wieder auf und drauf. Ja, natürlich. Man würde drei von diesen Schlägen, wenn man super trainiert ist, vielleicht noch einstecken, aber der vierte schlägt dann oben und die kriegen 500 Schläge in die Fresse. Wer mal Ultimate Fight oder K1 gesehen hat, der weiß, was ich meine. Das ist einfach so. Und das hat eben nichts mit der Realität zu tun. Aber es kommt, es basiert so stark auf dem, was man sich wünscht und was man will. Und das haben die unheimlich geil gemacht. Und es ist wirklich ein schöner Film. Und deswegen gebe ich ihm 8 von 10 Punkten. Jetzt habe ich dich gefickt. Ich fange euch alle. Und ich bin Joby Riley. Ich bin Joby Riley.